Ja, wenn ihr den Blick mal in die andere Richtung hinter euch bewegt, dann seht ihr unser neuen Team Parcours. Kann ich doch wieder gehen? Ich wurde gerade gerufen, muss es kurz abklaufen. Hiya, 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 gut. Ich vermisse die Rennjacke, die habt ihr wenigstens gesehen. Hier zu unserer Linken würde sich nachher der erste Sprung befinden unseres Parcours. Das ist diese Eingangsmauer. Schön locker drüber, zweiter Galopp in meinem Gelände. Jetzt natürlich nicht, Misty, wacke es dich nicht. Ich hab's nicht. Das war ein Zollschutzversuch. Ich muss nur mal ganz kurz angeschaut werden. Dann geht es hier gleich Windmühlensprung über den zweiten. Die zweite Mauer rüber, passt auf, dahinter geht steil runter. Das bedeutet, ihr wollt möglichst nah an der Mauer landen. Ach du Scheiße. Damit hab ich nicht gerechnet. Die ist ja süß. Das ist ja eine süße Gasse, ne? Das ist ja süß. So, und dann nehmen wir hier den, wir nennen den Podestsprung, die Podestmauer. Wir reiten so eine kleine Schlaufe. Wir springen erst über die Mauer rechts. Die sind ganz normale, also nicht die hohe, sondern die normale. Bei den zwei Büschen da, wo die zwei Büsche dahinter sind. Genau, wo die zwei Büsche dahinter sind. So, dass wir zwischen den zwei Büschen landen. Dann machen wir eine Linkskurve und springen über die kleine Mauer zurück hoch. Danach geht es in eine Linkswendung. Dann kommt hier die Kombination. Erste Mauer, zweite Mauer. Ach, ich glaube, das wäre doch gar nicht. Doch, doch, doch. Das sind die beiden Mauern. Ich glaube, ich muss wohl doch los. So, Blick einmal über die Mauern drüber. Wir landen ja da. Hallo, wer ist hier da hinten? Will sie nicht wissen, wie es weitergeht? Hier sehen wir zwei Zäune im Innenhof, die wie so eine Ecke aneinander stehen. Seht ihr sie? Sie formen eine Ecke. Da einmal reinspringen, in die Ecke, rausspringen aus der Ecke. Zwischen Baum und Ecke. Okay? Ach du Scheiße. Dieser hier, da springt ihr einfach ganz normal drüber. Dann geht es hier raus. Dann kommt enge Wendung rechts. Und die letzte Kombination, eine Dreierkombination mit der Mauer. Erster Galopp und dann erster Mauer, Galopp, Sprünge immer schön zählen. Und nur dann springen, wenn das Vorderbein auf dem Boden ist, ne? Erste Mauer und dann die zweite Mauer. Vorher bitte schon gucken, möchte ich links oder rechts von diesem Windmühlenkopf da auskommen, ja? Ansonsten, Crashkiss. Merkt euch euren Vordermann. Es kann jetzt gleich zu ein paar Stürzen kommen. Oh, oh, oh. Wer ist denn sie? Miki? Ja, ich wusste nicht ganz, wo ich hin soll. Ich bin eben erst gekommen. Ach du Scheiße. Wir springen jetzt nicht ernsthaft drüber, oder? Kannst du ruhig noch draufstellen? Ja, 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 tolle Sache, tolle Sache. Was ist denn der fünfte Galopp das Boosten bei Alicia Online, oder was? Sollte Vivi über die erste Mauer drüber sein, dann darf die nächste Person weiter. Wenn nicht, geht Vivi hinten dran. Ja, gut. So, jetzt, jetzt, komm! Zum Pfeffer und Pfeffer. Willst du später abspringen, Missy? Du springst ab, da willst du vor der Mauer landen. Du willst aber drüber, meine Liebe. Nächste, los. Du schwachst. Ich trau mich gar nicht. Bist du noch nie so aufgesprungen? Go, go, go. Hopp, Piti, los. Piti, Piti. Reit an, reit an. Schenkel, Schenkel, Stöckchen, hopp. JB, auf geht's. Oh Gott. Sie schafft das jetzt, pass auf. Niemals. Okay, jetzt, der erste mal über die erste drüber kommt. Und hat gefällt. Ich hab nicht zu gesehen. Nicht gesehen, super. Möchtest du uns sagen, wie du das geschafft hast? Magie. Magie. Komm, Magie. Go, go, go. Limgarde, Priviosa, los. Oh, geil. War leider danach verfehlt. Aber gut. Die erste Mauer war gut. Danach ist er weitergekackt. Da kann man sich gar nicht drauf vorbereiten. Lass dahinter noch nicht. So gedreht es mich verkommen, da hab ich zu schlachen. Aber die Riesenheit hat, dass man aber auch nicht funktioniert. Ein Glück, aber dann auch gegen den Baum. Wir sollten links vom Baum landen nach der zweiten Hürde. Man ist aber so, wow, dass man es geschafft hat, dass er so... Ja, aber das ist genau das, was eigentlich passieren darf im Parcours. Nicht alles wegschmeißen, nur weil man einen Sprung geschafft hat. Es gibt ja nicht nur eins. Okay, go, Melly. Ohne Satz. Wow, die hat so eine Verbindung zu ihm. Die ist so frei. Lemon Lime springt so höher. Der springt gar nicht, wenn du den Sattel nicht drauf hast. Gut, Baby. Doch nicht. Judy außerdem ist da Judy. Wenn wir so weitermachen, geht die Mauer kaputt. Hat auch was, ne? Da kommen wir wenigstens drüber. Und mit dem Kopf war er schon durch. Miki links, rechts und ein bisschen weiter von rechts anlaufen. Gut, Misty, die erste, die es geschafft hat. Und die nächste los. Nichts. Wo muss ich hin? JB, Alter, was ist denn da bei dir los? Und jedes Mal die zweite Mauer. Ich bin auch da, ne? Ich hab die Schaff. Oh, nice. Sehr gut. Oh, und Katja ist auch. Und danach abgedriftet. Gut, Meili. Und durch Parallel in Eckkombie. 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 Erster Galopp. Soll ich nochmal? La, wow, Janosch. Eckkombie. Erster Galopp. Erster, erster, erster. Nicht da einfach so rein. Und erster Galopp, Hiti. Gut. Erster Galopp. Erster Galopp. Dann über den Zaun. Ausgang raus. Und dann die Mauer. Oh, Hiti, gehst du bitte weg. Sehr gut, Jens. Ich hab kein Wackenpferd, springt nicht. Aber ich bin auch in die Gasse. Jens, versuch. Janosch, wo müssen wir hin? Sehr gut, Leis. Eckkombie. Aus dem ersten Galopp jetzt, Katja. Eckkombie. Erster Galopp. Gut. Gut. Gut, dann. Melli, jetzt ist gut. Jetzt ist erster Galopp. Erster Galopp. Nicht so schnell. Siehst du, da kommt es euch drüber. Gut, Misty. Guck mal. Warum bremst du denn? Gut, Melli. Sehr schön. Sehr ordentlich. Da müssen wir wohl alle mal den Sattel abmachen hier. Ja. Aber dann in Vorwärts. Dreierkombie. Bis zum Schluss. Im Fullspeed. Alle hinterher. Alle, ja. So. Wir reiten hier an. Linke Eingangsmauer ist die erste. Es leckt schon wieder. Ich rast hier aus. So. Wir folgen dem Weg weiter. Wir springen hier hinter ab. Vorsicht. Hier geht es runter. Bisschen links, rechts. Siehst du, Bonscheid, hat sich ein Bein gebrochen. Ha! 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 So. Dann geht es weiter. Das macht man auch eigentlich nicht aus dem schnellsten Galopp, sondern eben, ne? Immer schön gesittet. So. Durch die kleine Gasse. Dann kommt der Podestsprung hier. Okay? Das ist einfach so ein bisschen... Ja, ja. Genau. Ja. Baup, baup, baup. Also zu Bonscheids Verteidigung muss ich sagen, dass er auch heute nicht dabei war, als ich die Strecke hier gerettet bin. Okay? Der ist neu hin. So. Hier drüber. Links hinterm Busch entlang. Die kleine Mauer zurück. Und dann hier links hoch. Und das Horror-Ding. Und das Horror-Ding. Ja, mal schauen, ob wir das schaffen, ne? Hopp. Ja, siehste. Ach, doch nicht. Ich meine, die Kamera war schon drüber. Ich hatte die erste. Ja, gut. Aber wir wissen dann ja, wie es weitergeht. Ja, dann macht man das auch für's Horror. Und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Richtig? Ja. Richtig. Sehr schön. Waren das die Letzten? Wo ist denn JB? War dich schon auf der Strecke? Nee, zu essen. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaubst du jetzt nicht. War so klar. So, ist da noch irgendjemand irgendwo auf der Strecke oder sind jetzt alle da? Ich reite hier noch. Ja, aber du bist nicht mehr auf dem Feld, oder? Ach so. Nee, ich komme jetzt zum Zuschauerplatz hier am Busch, ne? Wundervoll. So, gut. Dann, Ponyslob, fertig für heute. Hausaufgabe ist diese Zaun-Combination bis zum nächsten Mal können, okay? Ach, wie toll. Ne? Janosch, Hiti, Judy. Ich könnte eigentlich jeden Namen hier aufzählen. Hallo, ihr habt's hier gerade am Ende geschafft. Also, das war ja wirklich grandios, was ich gerade gemacht habe. Ja, Melly hat das super gemacht. Seine Unterstellung. Ja, aber wenn ohne Sattel liefst, oder? Ohne Sattel, ja. Oder wenn ihr einen Mawari dabei habt, oder so. Ich hab jetzt einfach einen anderen Sprung gefällt, aber diese eine krasse Kommission. Vielleicht einmal verbeugen. Ja, guck mal. Wunderschön. Ja, guck mal. '? Ja.